In meiner letzten Challenge, wo ich alle Pizzen von Gustavo Gusto essen wollte, habe ich zwei Pizzen nicht geschafft. Ich bin allerdings mit euch einen Deal eingegangen und zwar habe ich gesagt, ich esse nur 10 Pizzen anstatt 12, aber dafür wird das nächste Video ein Video, wo ich die schärfste Chili der Welt esse. Als Entschädigung, dass ich jetzt nur 10 Pizzen in 24 Stunden gegessen habe und nicht 12, wird das nächste Video ein Video sein, wo ich dieses Ding hier essen werde. Dementsprechend sind wir heute hier, wir haben uns heute hier versammelt und werden dieses Ding hier essen, Caroline Reaper. Oh Mann, ich freue mich. Also wir haben uns hier alle versammelt, ich und der Chat, wir sind hier live auf Twitch, damit das auch alles schön nachvollziehbar ist. Wir werden jetzt diese Dinger hier essen, ich fette sie mir rein. Also es riecht schon echt, echt hart. Ich nehme so eine gute, schöne nehme ich, ne? Also die schaut glaube ich stattlich aus, oder? Hier Junge, die hier. Schaut euch das mal an. Hier, den Kolben nehme ich. Es schaut irgendwie nicht natürlich aus, obwohl es eigentlich nur getrocknet ist, ne? 2,2 Millionen Scoville. Die sind so dunkel, weil sie glaube ich halt einfach getrocknet sind, ne? Und die riechen nach Hölle. Also wirklich. Boah, wenn ihr daran riechen könntet, ne? Die riechen einfach extrem, extrem, extrem scharf. By the way, habe ich heute erfahren, dass es mittlerweile die zweitschärfste Chili der Welt ist und nicht mehr die schärfste. Denn es gibt eine neue, die hat 2,6 oder 2,7 Millionen Scoville und die heißt Pepper X. Ich würde sagen, wir gehen rein. Ohne trinken, by the way, ne? Also wir versuchen so lange wie möglich ohne trinken auszuhalten. Wir starten hier den Timer, wir sagen einfach mal 15 Minuten, einfach komplett ohne trinken, ohne essen. Und ich würde sagen, boah, Alter, ich habe so Angst, ne? Ich habe so Angst, egal. Guten Hunger. Guten Hunger. Oh. 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 Ah. Oh. Oh. Da geht es mir. Da geht es mir. Oh. Irgendwas passiert mit meinem Mangel. Ich weine. Es tut so weh zu atmen. Ich heule. Es tut so weh zu atmen. Es tut so weh. Oh. Mein Herz. Die Nase läuft. Brennt immer zweimal. Ich hatte davor 68er Puls. Jetzt ist es bei 100. Zwei Minuten vom Teiber. Oh. Oh. Ich heule komplett. Oh. 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 Es tut ganz stark weh. Ganz. Ganz stark. Ich kann nicht reden. Ich kann nicht reden. Das geht nicht. Oh. 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 Ich würde gerade echt gerne was trinken. Oh. 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 spucken oder spucken weil die spucke ist scharf ich kann mich nicht raffen ich versuche mich zu raffen warte ich habe noch in meinen zahlen zwischenräumen in meinen zahlen zwischenräumen habe ich noch chili und das schiebt so krass wieder ein schluck chili bekommen vor mir ist hier so eine schöne flasche wasser mit eras die ist offen aber ich trinke die nicht dieses ding muss ganz schön entsorgt werden hier ist alles betäubt das schlucken tut weh ich kann nicht schlucken ich kann nicht reden neun minuten timer neun minuten immer noch tränen immer noch aber ich würde es eigentlich gleich stellen mit hotchip katzen mal jarek grüßen ja klar hey jarek schöne grüße hier ne von gb on hier stay strong jarek bruder wie schaue ich aus hier die mir geht es gar nicht gut hier unten brennt alles hier speise oder alles kaputt der röpser kam grad kam gerade von dem weil es so scharf ist also der hotchip hat 1,8 bis 2,2 millionen ich habe auch schon mal ein hotchip gegessen hier zu dem video und ich habe auch schon mal die schärfsten chili nudeln der welt gegessen hier zu dem video und ich muss sagen die chili carolina reaper chili dies gleichzusetzen mit dem hotchip aber ich sag mal so preis leistung bei dem ist halt besser weil du kriegst hier für 15 euro oder so kriegst du hier 20 gramm chili schoten und hier sind bestimmt über 30 chili schoten drin und du hast den selben effekt wie wenn du ein hotchip für 10 euro oder für 15 euro ist wir checken den timer 12 50 es hat sich aber schon ein bisschen beruhigt also der effekt da geht so zehn minuten würde ich sagen also fünf minuten kickt geisteskrank geisteskrank ich habe jetzt auch noch so eine schärfe im montag wenn ich schlucke tut es auch unnormal weh aber so jetzt jetzt hat sich ein bisschen gefangen es ist einfach ein kurzer schärfe kick halt ich hatte kurz für die ersten 20 bis 30 sekunden hatte das gefühl dass ich kotze aber ich musste nicht kotzen ja immerhin schon mal etwas aber jetzt kommen die ganzen blähungen und ich freue mich schon auf keinen fall auf die toilette die toilette wird mich ja komplett aus dem lebensschaden alter falls ihr wissen wollen wie das update auf der toilette ausschaut dann folgt mir bitte gerne auf instagram eine minute nach aber wir haben es geschafft also die eine minute schaffen wir jetzt auch noch wir sind überm berg ich schau meine zunge aus man merkt direkt wie die chili auf den körper reagiert bei mir hat direkt das röpsen angefangen der körper wollte es wahrscheinlich direkt abstoßen der körper hat direkt den schluck aufgestartet den schluck auf den kriege ich wirklich nur wenn ich sehr sehr scharf esse und das ist sehr sehr scharf es sind zwar nur kurz schmerzen jetzt für so 10 15 minuten aber ich bin gespannt wie die schmerzen auf der toilette werden in dem sinne würde ich sagen danke fürs zuschauen lassen und abonnieren im nächsten video bei der way 15 minuten haben wir auch geknackt